Leid hier im Bereich Deine Kisten sind so geil, wenn die immer hier stehen Ja auf dem Tor, guck mal so Zeit laus halt nicht mehr Oh, hier ist der Mensch Scheiße Jaja, da unten ist alles voll Ich komm wieder zu dir Nein! Scheiße! Ich bin grad oben gekopft, um dich zu wiederbelebt Ach so, scheiße, sag halt Ich dachte, du kommst nicht so runter Ja Ich hab' den Typ geh'n Ich hab'n Schafschlitzschlitz von da hinten von der Mauer bekommen Bomm bei mir, wenn ich mal das Ding halt Oh nein! Scheiße, ich wär' beschossen Giovanni Bomm bei mir lumber Boah ich bin schneller Okay Ich GO loyal Moment Wir müssen neutralisieren! Unsere Truppen bluten aus! Es wird kaum noch was übrig! Wenn ich mich nicht zurückziehe, kann ich mir nicht spawnen. Ah, schon vorbei. Unsere Niederlage hier ist unvermeidbar. Aber wir können diesen Verlust ertragen. Schau mal, wir waren so im Vorteil vorher. Und jetzt? Hä? Hä? Wie schnell haben wir denn jetzt verloren? Die hatten nur über 1000 Tickets, Alter. Unsere Leute haben mir überhaupt gar nix hin gerückt. Der andere ist mal geboren. Zweig, nix, ey. Schau, dass der halt nur so Mist hinschreibt und nicht, was wir tatsächlich geschafft haben. Ich glaube, ich habe zwölf Qs gehabt oder so. Alter, das war tatsächlich echt geil. Die haben sich unten ständig in irgendwelche Ecken versteckt, zum Einnehmer vom Punkt oder zum Verteidigen vom Punkt. Und da hat schon immer gereicht, wenn ich nur einen Fuß oder so gesehen habe. PANG! Kramer! One-Shot! PANG! 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 ICH CANassoci liz! Ich sterben zwei nach 5 Sekunden aber ist egal, machts Spaß. So schnell sterben wir nicht, weil ich habe mein Fahrrad-Kit dabei. Ah, geil! Außer mit Grupp-Stahl-Kurt. Das Problem ist, ich hätte mir auch ein Fahrzeug holen können. Aber ich konnte mich nicht entscheiden. Ich habe das auch geklappt und dann, scheiße, was nimmt mir jetzt. Bis dabei war es noch nicht direkt. Das musst du schon vorher wissen, Alter, was du willst. Alter, kennst du das? Wenn du so einen Furzen aus der CO fühlen, da ist dann gerade ein Raketen-Stand. Ja, Mann. Rückstand-Zone frei, Alter. Hast du das dann auch schon mal beschüttet? Ja. Versteht die das, oder ist die da auch wieder so ignorant? Wie? Ich sage ihr, dass ich es ignorant ist. Mal schauen, was ich dann sage. Guck mal, der Typ über uns einsteigt. Ich sage, dass die US-Truppen alle Sektoren erobern. Warten, bis er fast da ist und dann fahren wir wieder los. Ich fahre die ganze Zeit langsam los. Irgendwas wie Sinn oder so. Warte, 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 jetzt ist er fast da. Und fahr, 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 fahr schnell! Ich glaube, dass keiner Panzer näht. Ah, wie das stinkt!